und da war das Backsiegel was ich verpasst hatte gut so viele Schlüssel und Zeug und alles so halb gegart sortiert so reden wir mal bitte Triade über ihre Städten so dass ich den einen Samen hier noch habe Elends Segen wegen der Heiligen Orte ich habe sie alle gereinigt danke Freund ich spüre bereits wie sich das Land erholt aber wartet noch sind nicht alle Wunden geschlossen es muss noch eine weitere Stätte geben aber ich kann sie nicht sehen wie kann das geschehen es muss in der Stadt der Seelen sein Darius erzählte davon er sagte dass die Fremden einst eine Lebenseibe in dieser Stadt gezüchtet haben er gab mir diesen Schlüssel und diese Schale ich vermag es nicht so recht zu deuten aber ich glaube Darius wusste dass uns dort ein Rätsel erwartet nehmt sie und sucht nach den Resten der Lebenseibe in der Stadt der Seelen ihr müsst auch diesen Ort reinigen oder das Land wird nicht heilen okay jetzt habe ich wieder zwei Samen ach ja gut und eine Schale der Triade ja jetzt muss ich die Heilige Stätte der Stadt der Seelen also werden wir als nächstes einen Abstecher dahin machen nachdem ich zum einen das Schild mal repariert habe also drei zerbieten Tränen für das Schild wenn ich mich richtig erinnere die letzte zerbieten Träne gewinnen wir im Kolosseum irgendwie jetzt aber erst einmal nö machen wir als erstes die Stadt der Seelen für die Stadt der Seelen sollte ich gut gerüstet sein jetzt mittlerweile also ich hätte mich auch direkt in die Stadt der Seelen porten können okay gut hier oben sind schwarze Türme ja mit denen ich mich nicht anlegen brauche und hier sind von Untoten bewachte Kisten vorsicht Achtung verteidigt euch linke Hälfte eines Golems und ein Bergkristall okay oh ein Kobold verteidigt euch zurück mit euch zurück mit euch Achtung ernsthaft der Kobold hätte die X aus beziehungsweise aushalten tut er schon aber er steckt nichts ein wenn hallo kommt ihr könnt die ne es her beziehungsweise die sind nicht die 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 zu sch nicht werden die 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 Da ist die verfluchte Koboldmünze und die linke Hälfte des Golems. Fechtlerwams mit Zerbusschutz. Bingo. Bingo. So. Gut, soweit ich weiß, können wir es auch hier vergessen, weiterzukommen. Ich wollte eigentlich nicht da durchlatschen. Vorsicht! Genau, weil die machen böse Auer. Vielleicht nicht ganz so böse wie schwarze Türme, aber trotzdem. Sie haben auf jeden Fall hohe Reichweite. So, machen wir erstmal das Gargoyle-Rätsel. Das kenne ich nämlich noch, daran bin ich nämlich auch ein bisschen verwirrt gewesen. Wir müssen nämlich gucken, wohin der Gargoyle hinguckt. Eine magische Aura geht von Kristall aus. Das Glühen in seinem Inneren erinnert euch an einen Herzschlag. Der Kristall ist sehr hart, normale Waffen sind hier nutzlos. Nur ein anderer Kristall kann ihn brechen. Kein ist der Schale noch im Besitz, ist hart genug für den Kristall. Der Schale ist ein sehr harter Kristall eingelassen. Eine magische Aura geht von dem Kristall aus. Das Glühen im Inneren erinnert euch an einen Herzschlag. Der Kristall ist sehr hart. Normale Waffen sind hier nutzlos. Nur ein anderer Kristall kann ihn brechen. Kein ist der Schwere noch im Besitz, ist hart genug für den Kristall. Ja, ich dachte, ich könnte den Kristall rausnehmen. Kann ich aber scheinbar nicht. So, jetzt ist die gute Frage, was für einen... Golem kreieren wir. Ein Onyx oder ein Bergkristall-Golem? Mit dem Onyx-Golem könnten wir hier oben durchkommen, durch die dunklen Türme. Und dann wahrscheinlich von hinten rum an die... Wächterin und die töten. Da dürften die geschützten Wächter auch alle sterben. So, ähnlich hatte ich das in Erinnerung hier. Oder wir töten die Wächter und ignorieren die Türme einfach. Ihr fügt die Teile des Golems zusammen. Sie verbinden sich, als wären sie nie getrennt. Ihr habt den Golem zusammengesetzt, aber er bleibt reglos. Ihr erkennt in der Zeichnung auf dem Altar noch ein weiteres Teil, das in seine Brust eingesetzt werden muss. Es scheint das Herz zu fehlen, das den Golem zum Leben erweckt. Ihr seht zwei solcher Herzen im Sockel des Altars eingelassen. Eines ist ein Herz aus Bergkristall, das andere ist ein Herz aus Onyx. Daneben fehlt ihr die Schriftzeichen. Sie besagen, dass der Golem durch den Bergkristall, die Kraft der Erdmagie und durch den Onyx, ich kann nicht so schnell lesen, aber beide Herzen scheinen beschädigt zu sein. Also nochmal. Ne, können wir nicht. Geben wir ihm das Onyx-Herz. Ihr fügt den gefundenen Onyx in das Herz ein, er beginnt zu wispern und zu pochen. Ihr legt das Herz aus Onyx in die Brust des Golems. Der Golem erhebt sich, schwarze Magie scheint seinen Körper zum Strömen und einen überwindlichen Schild zu bilden. So, dann gehen wir mal kaputt machen. Jetzt haben wir den Bergkristall über. So, dann sollten die schwarzen Türme nicht viel aushalten. Nö. Komm, die Dummen. Hauen wir sie alle um. Komm, die Dummen. Wir haben Erfahrungspunkte erhalten. Und die Tore öffnen sich ins... Mir nach! Okay, da ist ein Heldenmonument, an das ich noch nicht rankomme. Sofort! Sofort! Erstmal sind hier nämlich noch ein paar... ...Gegners. Ein paar Gegner. Aber jetzt mit meinem... ...dicken Onyx-Golem. Sofort! So dass kein Problem sein. so die um auf meinem befehl zum angriff und ja, wir hätten wirklich etwas früher kommen können also theoretisch hätten wir nach dem Rabenpass kommen können, glaube ich